Rund 1400 geladene Gäste haben mit einem Staatsakt im Berliner Dom Abschied vom ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker genommen. Während seiner zehn Jahre als Staatschef habe von Weizsäcker maßgeblich neues internationales Vertrauen in Deutschland geschaffen, so die Redner übereinstimmend. Von Weizsäcker starb am 31. Januar im Alter von 94 Jahren.